Der Ort, den wir dieses Mal suchen, liegt im Landkreis Leer. Der heutige Ortsname wurde 1401 erstmal schriftlich erwähnt. Entstanden ist die Siedlung vermutlich aber schon im 8. Jahrhundert. Heute gibt es noch Spuren einer früheren Häuptlingsburg. Im Süden gibt es zudem eine Senke, in welcher früher ein See war, der Krimmeer genannt wurde. Anders als bei den Nachbargemeinden fehlt dem Ort hier das Deichvorland. Sowohl die Häuser als auch die örtliche Kirche aus dem 13. Jahrhundert sind daher auf Langwarfen erbaut. Der Ort ist damit eine typische Wieg-Siedlung. Heute leben hier rund 160 Menschen auf einer Fläche von knapp zehn Quadratkilometern. Auch ein Melkhuske und Schönwetterkaffee finden sich in dem Ort. So liebe Zuschauer, jetzt sind Sie wieder gefragt, welchen Ort suchen wir dieses Mal?